In diesem Video wollen wir euch wieder ein Produkt vorstellen, das wir von yomoi.de bekommen haben. Und zwar handelt es sich hierbei um Kopfkissen-Lautsprecher. Genau, wie ihr sehen könnt, haben wir hier einfach so zwei runde Pads, wo eben Lautsprecher drin sind. Und die Idee bei dem Ganzen ist, dass man sich diese Pads unter das Kopfkissen legt und dann einfach die Musik hier über das normale Kabel, eben hier den iPod oder den MP3-Player anschließt und dann eben ganz angenehm sich aufs Kissen legt und dann die Musik hören kann. Ja, ich habe das Ganze auch mal ausprobiert. Es funktioniert wirklich sehr gut und ist natürlich am Abend oder wenn man sich eben einen Film anschauen möchte und dann eben einfach im Bett liegt und keine Kopfhörer auftritt haben will oder einfach sozusagen die Beschallung direkt zum Ohr hin haben will, dann legt man sich eben die Kopfhörer unter das Kopfkissen und hat eben eine ganz angenehme Beschallung. Ja, das Ganze gibt es für 8,9,90 Euro auf yomoi.de und ist wirklich ein super Gadget und genau, bis zum nächsten Video.